Ich bin der Marcel, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache die Pflegeausbildung zum Pflegefachmann. Ich liebe es, im sozialen Bereich zu arbeiten, vor allem mit anderen Menschen, denen tagtäglich zu helfen. Ich habe davor auch schon ein FSJ gemacht, meine KPH gemacht und es hat mir sehr gefallen. Deswegen habe ich mich entschieden, die dreijährige Ausbildung zu machen. Pflege ist aus meiner Sicht wichtig, weil wir jetzt aktuell sowieso einen großen Notstand haben an Pflegekräften. Man kann sich seinen Arbeitsplatz, wenn man fertig ist, sehr flexibel aussuchen. Man kann sich sehr gut weiterbilden, man verdient relativ gut. An sich ist es echt ein schöner Job, wenn man es liebt, mit Menschen zu arbeiten, kann ich das jedem echt nur ins Herz legen.